Nur mit mir. Thomas sagt, du wolltest tanzen, ich bin ja so der Picker. Ja. Ah, du Lappen. So, einen habe ich. Ich auch. Guck mal, zu zweit wollten sie hier drauf, auf mich. Digga, ich habe noch Kisten. So nicht. Gib mir die Handschuhe. Ich habe eine Lucky Scroll, soll ich noch hochgehen? Ja, safe. Wo sind die hin? Da war auch eine Lucky Scroll. Digga, du bist im Arsch. Du bist im Arsch, Junge. Du bist im Arsch. Ach, egal. Leute! Leute! Ich bin auch da, oder was? Ja, okay. Ja, ich habe ich gerade zu dem geportet. Ich habe keinen Helm. Die liegen echt gute Sachen, ja. Helm und Ring brauche ich. Ob die Zone immer automatisch dahin geht, wo die meisten Spieler sind, oder ob das zufällig ist einfach. Zufällig. Ich hätte jetzt gedacht, die geht dahin, wo sie diese ganzen seltenen Items legen, aber ist bei dem nicht der Fall. Ja. Also scheint echt random zu sein. Eher die geht dahin, wo die meisten nicht sind. Das wäre auch witzig. Oder am weitesten entfernt von den seltenen Items, damit du halt laufen musst, ne? Ja. Müssen wir mal im Auge behalten. Das finden wir noch raus. Ich behalte das meine Augen. Wenn wir mal gucken, wo die Zone hingeht, wäre natürlich geil. Vorher liegt viel Stuff. Ich versuche zu diesem Schwert zu kommen. Wo ist denn das? Da hinten. Na, ist zu weit. Ja, da ist schon jemand. Aber die kloppen sich drum. Alex, ich komme jetzt mal zu dir. Was? Hier, die sind zwei Saugen hier, ne? Ja, das Schwert ist weg. Scheiße. Kommen sie, kommen sie, kommen sie. Lass mal dem Thomas ein bisschen mitgehen gehen. Die kommen hier raus, die kommen hier raus. Mhm. Jo, das hab ich da auch noch gehabt. Oh, der hat einen wiederbelebt. Und der checkt's nicht. Hä, wie hat er das jetzt gemacht? Okay. Mythic Weapon unten. Ja, lass da hingehen. As soon as possible. So. Asap. Guck, Alex hat den Englisch gelernt. Oh, ich hab goldene Schwert jetzt. Ja, rennen sie gleich. Als der Super-Surgent-Reise hin, Junge. Ich glaub, da ist noch niemand. Ja, lass den Schwert direkt gehen. Fass auf die. Ich bin dran, ihr müsst mich steffen. Ja. Nice. Von rechts kamen welche, glaub ich. Obwohl, nee, da ist Zone jetzt. Geil. Alter, du bist ein... Alter. Haben wir jetzt alle goldene Waffen? Dass das überhaupt geht? Nee, ich nicht. Normalerweise müsste das so sein, der, der es in Siegen geht, der kriegt es halt, ne? Ja, ist aber nicht so. Ja, ist aber nicht so. Nein, du liebstest du als Gegner jemanden nicht weghauen, sondern dich einfach da nicht genau reinstellen. Und dann den anderen öffnen lassen. Achtung, ne, Junge. So. Das ist fast tot hier, der Kleine. Ich hab einen, dahinten rechts. Hab ihn. Nice, nice, nice. Au. Au. Fuck. Jetzt, Zone, Leute. Okay, komm hier unten. Boah, shit. Alter. Shit. Ich hab dich jetzt zum Heilen, ich bin jetzt echt tot. Hier, Tim, hier. Komm mal zusammen. Scheiße. Hier ist eine drin. Boah, guten Darmriss. Danke dir. Guck mal runter. Guck mal runter. Guck mal unten, Leute. Ja. Äh, du bist links, ich komm zu dir. Oh, ich hab keine Aussage mehr. Oh, ne. Oh, shit. Tim! Äh, lass doch zum Alex. Der hat die beste Waffe, der darf nicht sterben. Wie geht die denn hin? Wie geht die denn hin? Den hab ich. Okay. Okay. Bei mir ist ein Wiederbelebungsschrein. Boah, wir leben doch alle. Pärchen fest. Pärchen fest. Hammer töten. Voll. Schön. Au. Junge. Alter. Ja. In των... Bisschen walk. Bisschen walk. Nein! Nein! Du hast auch genug Autos gemacht. Kill den, finish den. Wie guckt dir das an von wieder? So ein Scheiß-Game. Junge. Ja, tschüss. Jawoll, jawoll, geht doch. Ah, Tourjunge. Erstaunlich. Da fang ganz rechts über die gesamte Fade dreimal über Köpfe gesprungen auf der linken Seite rausgefallen. Das ist verarschen, Alter. Ja, du musst ein bisschen chillen, wenn man so hektisch auch die ganze Zeit drückt. Du musst springen, wenn ich rausfalle rechts. Ja, du musst dich quasi ein bisschen fallen lassen und dann einmal kurz hochspringen. Dann hüpfst du ja wieder ein bisschen, dann wieder hochspringen. Aber wenn du halt keine Ausdauer mehr hast, kannst du eh nichts machen. Ja, ich konnte ja nur noch einen Sprung machen, das war das Problem. Ja, dann hast du verkackt. Was alles kein Problem wäre, wenn das Game eigentlich so fliegen würde. Hehehehe. Ja.